Jo Leute, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal und in diesem Video werde ich euch mal zeigen, wie man den Stern findet, den man zwischen einem Steinkreis, einer Holzbrücke und einem roten Wohnmobil suchen muss. Ja, die ganze Sache ist eigentlich auch ziemlich einfach und ich werde euch das jetzt mal zeigen. Ja, wie ihr im Hintergrund schon sehen konntet, bin ich an diesen Orten jetzt auch schon vorbeigeflogen und hier zeige ich dann auch diese Stelle, wo der Stern liegt. Ja, auf der Karte markiert ist es ganz einfach neben Tomato Town, da an diesen drei markierten Stellen, die man hier sieht, ist genau in der Mitte davon so ein kleiner Platz und da liegt auch der Battle Pass Stern. Ich bin natürlich da auch jetzt hingeflogen, um euch das mal genauer zu zeigen, wo das ist. Natürlich habe ich den Flug jetzt mal wieder was verschnellert, weil das natürlich sonst ein bisschen zu lange braucht. Ja, ihr fliegt einfach an Tomato Town vorbei, seht dann auch da direkt diesen Steinkreis und diese Holzbrücke. Ja, da fliegt ihr einfach in der Mitte dran vorbei, geradeaus zu diesem kleinen Platz, wo dieser Baumstamm liegt. Ja, und da geht ihr einfach hin und dort könnt ihr auch schon den Battle Pass Stern einsammeln. Ja, und schon habt ihr die Herausforderung abgeschlossen, es war ziemlich einfach mal wieder. Ja, und ich würde sagen, das war es noch mit diesem ganz kurzen Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen mal oben da und ja, bis dann und ciao.